Challenge, Herausforderungen im Glauben, ist unsere aktuelle Predigt-Serie. Wir schauen da verschiedene Herausforderungen an, die wie so Steine sind in unserem Leben, die uns ins Straucheln bringen können, über die man stolpern kann. Wir haben schon zwei Herausforderungen angeschaut und heute kommt eine besonders schwierige Herausforderung. Leid. Wir schauen dazu jeweils eine Person an aus der Bibel. Es sind, wie ich auch schon gesagt habe, vor allem thematische Predigten. Und Hiob, um den es heute geht, ist ja eine Person, die wahrscheinlich die meisten von uns auch kennen. Denn man spricht ja bis heute von Hiobs Botschaften. Eine negative Botschaft. Schauen wir uns mal Hiob an. Ihr könnt aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Einfach ab Beginn vom Hiob-Buch, Kapitel 1, Vers 1. Es war ein Mann im Lande Utz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und miet, das Böse. Ein wirklich vorbildlicher Mann. Rechtschaffen, gottesfürchtig, jemand, der nichts Böses tun wollte. Wenn man so den Anfang dieser Geschichte liest, dann denken vielleicht ganz viele, also wenn ein Mensch gesegnet werden muss, dann wohl dieser Hiob. Ich meine, das liegt doch auf der Hand. Der lebt so, wie es Gott gefällt, dem muss es gut gehen. Der muss gesegnet sein. Und tatsächlich, wenn man die Geschichte weiterliest, dann sieht man, er wurde unglaublich gesegnet. Er hatte sieben Söhne, drei Töchter. Damals galten Kinder als Belohnung von Gott. Dann hat er, was steht da, 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rinder, 500 Esel. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnen. Wenn wir noch weiter lesen, sehen wir, dass er für seine Söhne opferte. Er war ein guter Vater, ständig mit Gott in Kontakt. Wollte so leben, wie es Gott gefällt. Und dann lesen wir weiter in Hiob-Geschichte und plötzlich erscheint da der Teufel in der Gegenwart Gottes. Ohne Erklärung, warum ist der Teufel da. Jedenfalls kommt es zu einem Gespräch zwischen Gott und dem Teufel. Und Gott sagt so zum Teufel, zu Satan, schau mal, es gibt auf der ganzen Erde keinen Menschen, der so fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig ist und das Böse meidet. Und dann sagt der Teufel, come on Gott, come on. Also weisst du, dem muss es ja gut gehen. Der muss ja so rechtschaffen, so gottesfürchtig leben, wenn du ihn so segnest. Also es ist doch kein Wunder, dass der so lebt, dass der dich so fürchtet. Nimm ihm den Besitz und dann sagt er dir ab. Und Gott sagt dann so wie, okay, Challenge accepted. Du darfst ihm alles nehmen, nur darfst du ihn selbst nicht antasten. Dann lesen wir, wie alles, dem Hiob genommen wird, alle Kinder sterben, also zehn Kinder kommen um. Aller Besitz wird genommen. Hiob hat nichts mehr, außer seine Frau und seinen Körper. Und dann sagt Hiob, Hiob 1, Vers 21, Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wie der Gott. Unglaublich. Der Teufel kommt wieder in die Gegenwart Gottes, kommt wieder zum Gespräch und dann sagt der Teufel, ja, es ist kein Kunststück, dass der immer noch an dir festhält. Der hat ja auch noch seine Gesundheit. Aber, dann sagt der Teufel zu Gott, aber Gott, streck du deine Hand aus gegen ihn und du wirst sehen, er wird dir absagen. Und dann sagt Gott, okay, du darfst auch seinen Körper angreifen. Und dann wird Hiob schwer krank. So krank, dass irgendwie sein Körper total zerfällt, dass er sich mit einer Scherbe so kratzt und so. Wir hatten ja bei uns zu Hause, gerade in den letzten Wochen, die Windpocken. Spitze Blatter. Und also eines unserer Kinder hat's auch extrem erwischt. Es schrie auf. Und die ganze Zeit und immer wieder das Aufschreien. Und dann, ich will sterben, ich will sterben. Ja, also ich konnte nicht mehr so richtig nachfühlen, weil bei mir ist das schon etwa 30 Jahre her. Aber es muss unglaublich schmerzhaft sein, wenn es da so juckt und man sich nicht kratzen darf. Und etwa so stelle ich mir das vor. Bei Hiob noch viel, viel schlimmer natürlich. So mit bösen Geschwüren von der Fusssohle bis auf seinen Scheitel steht da. Unglaublich schmerzhaft. Und jetzt kommt seine Frau. Hiob 2, Vers 9. Und sie sagt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Ich meine, die Frau von Hiob, die hat auch alles verloren. Ihre Kinder sind auch tot. Ihr Besitz ist auch weg. Und jetzt sieht sie, wie ihr Mann leidet. Und sagt sie, hey, sag ab und stirb. Die Frau von Hiob, sie hat alles verloren. Und sie verliert auch ihren Glauben. Und Hiob? Ja, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber so in diesem Moment. Hiob hat alles verloren. Besitz, Kinder, Gesundheit, alles verloren. Und jetzt ist so seine Herausforderung. Sein Stein, das Leid. Die Not. Ein unglaublich heftiger Stein, über den Hiob stolpern könnte. Seinen Glauben aufgeben könnte. Leid ist eine Herausforderung für ganz, ganz viele Menschen. Die Existenz des Bösen ist für manche Menschen ein guter Grund, um nicht an Gott glauben zu können, zu wollen, zu müssen, wie auch immer. Sagt, weil es das Böse gibt in dieser Welt, kann ich nicht glauben, dass es Gott gibt. Aber persönlich erlebtes Leid in unserem Leben ist für manche Christen auch ein Grund, um nicht mehr an Gott zu glauben. Um Gott abzusagen. Und ich sage darum heute Morgen, Leid ist eigentlich mehr als nur so ein Stein. Leid ist vielleicht mehr wie ein Sturm in unserem Leben. So ein Lebenssturm. Manche von uns erleben vielleicht sogar einen Orkan. Das sind Stürme ab einer gewissen Windstärke, wenn die durchs Land fegen, dann lassen die extrem viel Schaden zurück. Und vielleicht erlebst du auch gerade so einen Sturm oder sogar einen Orkan in deinem Leben und es macht alles kaputt. Ich denke, es sind Menschen heute unter uns, die haben gerade kürzlich eine heftige Diagnose bekommen. Unheilbar. Vielleicht Menschen unter uns, die wissen, wenn Gott kein Wunder tut, dann wird das womöglich meine letzte Weihnachtsfeier sein in knapp drei Monaten. Es sind vielleicht Menschen unter uns, die stellen sich darauf ein, dass sie noch einmal Weihnachten feiern können mit jemandem, der ihnen dann möglicherweise genommen wird. Andere von uns mussten kürzlich Abschied nehmen von einer lieben Person. Wieder andere haben andere Stürme im Leben. Vielleicht hat jemand gerade die Kündigung erhalten, den Job verloren. Vielleicht ist es jemand hier, der wird extrem stark gemobbt in der Klasse. Fühlt sich gar nicht wohl. Vielleicht ist es jemand hier, der lebt gerade eine Trennung von einem geliebten Menschen. Eine Scheidung. Es sind so Stürme im Leben und ich kann dir sagen, wenn du gerade so in einem Sturm drin bist, dann brauchst du heute keine Predigt. Du brauchst nicht, dass jemand da von oben herab jetzt noch dich anpredigt und dir noch sagt, was du tun musst. Nein, in so einem Moment, wenn man so in einem Sturm drin ist, braucht man Freunde, die einfach schweigend zur Seite stehen. Vielleicht die Hand halten, einfach da sind. Trösten. Aber eine Predigt in so einem Moment, so biblisch und so hilfreich sie ist, ist in diesem Moment nicht das Richtige. Es ist vielleicht wie ein Ratschlag. Ein Schlag. Ein Ratschlag. Über Leid sollte man nachdenken, wenn man nicht in einem Sturm drin ist. Weise ist, wer sich vorbereitet. Denn es ist keine Frage, ob wir in unserem Leben Leid erleben. Die Frage ist, wann und welches Leid wir erleben. Leid ist allgegenwärtig. In dieser Zeit, in der wir uns hier versammeln, ungefähr eine gute Stunde, oder da sterben über fünf Kinder in dieser Welt an den Folgen von Gewalt und Misshandlung. Nur in dieser Zeit. Über fünf Kinder sterben. Sterben. Während dieser Stunde sterben über 100 Menschen durch Verkehrsunfälle und über 900 Menschen durch Krebs. Das bedeutet, wenn man das ausrechnet, dass in dieser Stunde etwa 100.000 Menschen erfahren, dass ihre Liebsten nicht mehr da sind. Einfach weg. Täglich kommen Zehntausende tragisch und unerwartet ums Leben und die allermeisten schaffen es nicht in die Schlagzeilen. Weil in dieser Welt Elend und Schmerz die Norm sind. oder wenn es einen Tsunami gibt, ein Erdbeben oder was auch immer, wo tausende Menschen gleichzeitig sterben, da steht dann in der Zeitung, wo ist Gott? Was ist mit dem Leid? Aber täglich sterben zehntausende Menschen und es kümmert uns gar nicht groß, weil es die Norm ist. Viele Menschen bringen angesichts all dieses Leides Glaube und Leid wie nicht zusammen. Man nennt das auch das Theodizee-Problem. Das Theodizee-Problem ist ja so das Problem, dass wenn Gott das Übel verhindern will und es nicht kann, dann ist er ohnmächtig. Dann ist er nicht allmächtig und kann es Gott nicht geben. Kann Gott Übel verhindern und will es nicht, dann ist er übel wollend. aber sicher nicht liebevoll. Wenn Gott aber will und kann, woher dann das Übel? Theodizee-Problem, großes Problem seit vielen Jahrtausenden. die Frage, ist es überhaupt möglich, dass es einen liebenden Gott gibt bei all dem Leid um uns herum. Und jetzt denkst du vielleicht, und wenn das dein, ja aber Matthias, es ist doch gar nicht Gott, der das Übel verursacht, es ist doch der Teufel. Das ist richtig, ja? Beim Sündenfall kam der Teufel, die ersten Menschen zu hat sie versucht, bei Hiob kommt der Teufel, bei der Versuchung von Jesus kommt der Teufel, aber Gott hat den Teufel geschaffen. Warum? Ich weiss es nicht. Ich weiss auch nicht, warum der Teufel böse wurde. Das wird uns nicht gesagt. Oder am Anfang, beim Sündenfall kommt Gott nach der ersten Sünde und fragt, Adam, warum hast du gesündigt? Er sagt, ja Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Okay, Eva, warum hast du gesündigt? Ja, die Schlange hat mich verführt. Aber die Schlange wird dann nicht mehr gefragt, warum sie das gemacht hat. Das bleibt einfach still. Es wird uns nicht erklärt. Die Frage, nach dem Ursprung des Bösen, ist nicht einfach zu beantworten. Wir können das nicht einfach so auf den Teufel abschieben, denn auch bei Hiob sehen wir, dass der Teufel nur so weit gehen darf, wie Gott es zulässt. Der Teufel bringt kein Leid, mit dem Gott nicht einverstanden wäre. Also die Frage, nach dem Ursprung des Bösen, ist nicht einfach zu beantworten und ehrlicherweise kenne ich den letzten Grund nicht, warum es das Böse in dieser Welt gibt. Ich kann wohl mit gutem Recht behaupten, dass ich mir schon den einen oder anderen Gedanken gemacht habe zu dieser Frage. Aber je tiefer ich dringe in diese Problematik der Theodizee, desto schneller komme ich so an den Punkt, dass ich merke, ich komme nicht mehr weiter. Ich kenne die Antwort nicht. Warum gibt es das Böse in dieser Welt? Aber eines möchte ich heute Morgen deutlich sagen, die Existenz des Bösen ist für mich kein Grund, nicht an Gott zu glauben. Zwei Gründe möchte ich euch mitgeben, warum ich trotzdem an Gott glaube. Der erste Grund, wenn es keinen Gott gäbe, ist das Problem des Bösen auch noch nicht gelöst. Sondern es ist sogar so, wenn es keinen Gott gäbe, haben wir noch viel mehr Probleme mit dem Bösen. Denn woher kommt dann der Gedanke, dass das Böse Böse ist? Dass Leid schlecht ist? Woher habe ich diesen Massstab vom Guten und Bösen? Wenn es evolutionistisch wäre, dann wäre das Böse, das Leid, der Tod ja an sich ein guter Gedanke, der der Entwicklung dient. Es gibt keinen Grund, etwas dagegen zu haben. Aber weil es eben Gott gibt, darum haben wir auch so Mühe mit dem Bösen, weil Gott der Gute ist. Der zweite Grund, warum ich an Gott festhalte, ist, weil die Bibel mir Antworten gibt. die zwar meinem Verstand nicht totale Klarheit geben, aber mein Herz ein Stück weit satt machen und existenziell tröstlich und befriedigend sind. Ich habe Antworten, die meinen Verstand nicht bis ins Letzte alles geben, was ich gerne hätte. Aber in meinem Herz spüre ich, es sättigt, es tröstet, was wir da in der Bibel an Antworten zum Leid finden. Zuerst zum Verstand. Also etwas für den Verstand. Dazu noch einmal zum Theodizeeproblem. Ich möchte das noch auflösen, wie ich es auflösen würde, halt bis zu einem gewissen Grad. Und zwar ist ja in dem Theodizeeproblem eine versteckte Prämisse, nämlich, dass ein guter Gott unmöglich übel zulassen würde. Ja, dass ein guter Gott immer übel verhindern würde. Also die versteckte Prämisse, die versteckte Annahme, die versteckte Grundvoraussetzung ist beim Theodizeeproblem, dass Gott unmöglich einen guten Grund haben kann für das Böse in dieser Welt. Und meine Frage ist, ist es vorstellbar, dass ein guter Gott einen guten Grund für all das Leid in dieser Welt hat? Ist das vorstellbar? Nun, wir Menschen in unserem zwischenmenschlichen Leben fügen manchmal anderen Leid zu, Schmerzen zu, weil wir der Überzeugung sind, es ist das Beste für ihn oder sie. Zum Beispiel der Zahnarzt, der gibt mir eine Spritze, das tut weh. Und meistens bei mir, muss ich sagen, tut es dann auch noch weh, wenn er an meinen Zähnen herum, also schon nur die Dentalhygiene, das ist aber mein Problem wahrscheinlich mit meinem Zahnfleisch und so, aber das kennt ihr vielleicht auch, aber die Zahnärzt, also die Dentalhygienikerin will ja nur das Beste für mich in diesem Moment, aber es tut weh. Oder ein Arzt operiert den Blinddarm, Eltern bestrafen Kinder und ich bin überzeugt, unsere Kinder sind immer wieder überzeugt davon, dass wir sie plagen. aber wir wollen nur das Beste für sie. Diese Woche hatte ich auch so wieder einen Konflikt mit einem Kind. Am Schluss hat er dann doch gemerkt, dass es gut war, dass ich hart geblieben bin, dass er seine Aufgaben machen muss. Aber das gibt so diesen Moment, da denken wir, ich werde ungerecht behandelt und so, aber es ist nur zu unserem Besten. Gut, das in unserem zwischenmenschlichen Bereich. Jetzt die Frage, kann es sein, dass Gott will, dass wir leiden? Will Gott, dass wir leiden? Eine sehr herausfordernde Frage. Meine Antwort, kommt darauf an, was wir mit Will meinen, wie wir das Wort Will verstehen. Wenn wir die Bibel durchlesen, stellen wir fest, es gibt wie einen unterschiedlichen Willen Gottes. Es gibt den moralischen Willen Gottes und den souveränen Willen Gottes. Der moralische Wille Gottes ist beispielsweise, dass Gott will, dass alle Menschen sündlos leben. Dass wir alle heilig leben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Passiert das, was Gott will in dieser Welt? Nein. Nein, leider nicht. Und dann gibt es auch den souveränen Willen Gottes. Und wenn Gott etwas in seiner Souveränität will, dann passiert es auch. Immer. Denn was Gott will, das tut er auch. Ich könnte euch jetzt Bibelferse zeigen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und jetzt glaube ich, Gott will das Leid eigentlich nicht im moralischen Sinn. Gott will nicht, dass wir leiden. Warum komme ich zu diesem Schluss? Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir am Anfang, es gab kein Leid. Leid gehörte nicht zum ursprünglichen Schöpfungsplan von Gott. Und wenn wir den Schluss lesen der Bibel, sehen wir, dass Leid auch nicht mehr zur zukünftigen erneuerten Erde gehört. Zum Himmel. Zur Ewigkeit. Das heisst, ursprünglich gehört Leid nicht zu seinem Plan und in der Zukunft auch nicht. Gott will das Leid eigentlich nicht. Jetzt kommen wir zum Herz. Warum gibt es dann trotzdem so viel Leid in dieser Welt, wenn Gott doch eigentlich kein Leid will? Und meine Antwort ist, weil er dich so sehr liebt. Das bringe ich nicht zusammen. Jetzt leide ich und Gott macht das, weil er mich so sehr liebt. Kann doch nicht sein. Doch, es gibt das Leid in dieser Welt, weil Gott selbst bereit war, zu leiden. Wisst ihr, Gott könnte in diesem Moment mit dem Finger schnippen und alles Leid wäre augenblicklich aus dieser Welt entfernt. Es gäbe kein Böses mehr, kein Leid mehr, keine Nöte mehr, keine Tränen mehr, alles weg. Aber wisst ihr, was das Problem wäre? Er müsste mich mit entfernen, weil mein Herz von Natur aus so böse ist. Und ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass das grösste Leid, was ich bis jetzt erlebt habe, von anderen Menschen mir zugefügt wurde. So viel Böses, so viel Leid entsteht als Folge meiner Sünde. Oder wird jemand schwer krank, Lungenkrebs, hat aber sein Leben lang zwei Päckchen Zigaretten pro Tag geraucht und sagt an Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Gott sagt, du weisst doch, dass du nicht rauchen solltest. Gott hätte nach dem Sündenfall sofort alles Böse ausrotten können, aber Gott hätte uns Menschen mit ausrotten müssen. Er hätte mich mit entfernen müssen. Und so hatte Gott meines Erachtens nach dem Sündenfall zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist alles ausrotten und die zweite Möglichkeit war, das Leid zulassen und in einem langen, langen Weg voller Geduld und Liebe selbst das grösste Leid auf sich zu nehmen. Und Gott war bereit dazu, Mensch zu werden, kleines Kind, in menschlichen Beschränkungen, dann am Kreuz zu sterben für uns, um uns zu erlösen, ausrotten oder erlösen. Wenn ich das verstehe, was Jesus da für mich getan hat, meine Sünden Jesus bekenne, ihn in Glauben als meinen Herrn annehme, dann verheisst mir die Bibel, dass ich ein Kind Gottes werde, auf den eine Ewigkeit ohne Leid wartet. In 2. Korinther 4, 17 steht, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel grösserem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ich glaube, Gott will das Leid nicht im moralischen Sinn, aber er lässt das Leid zu, weil er ein grösseres Ziel mit dieser Welt und mit uns hat. In seinem souveränen Willen will er das Leid. Das heisst also, wenn wir das hier lesen, das Leid, das Leid, das wir erleben, bringt uns etwas. Nun, was bringt uns denn das Leid? da hat meines Erachtens die Bibel viele Antworten, viele Punkte, die ich jetzt erwähnen könnte, was Leid uns bringt. Ich möchte einen Punkt herausgreifen. Ich glaube, unser Leid, das wir erleben, soll uns näher zu Gott bringen. Psalm 34, Vers 19 und 20 steht, nahe ist er her denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Gott verheisst uns, dass er denen nahe ist, die Leid erleben. Viele Gläubige haben schon davon berichtet, dass sie ihre intensivsten Erfahrungen mit Gott in den dunkelsten Stunden ihres Lebens gemacht haben. Und mir ist aufgefallen bei uns in der Gemeinde, da haben wir ja bei der Evangelisation oft so Zeugnisse, wo Menschen erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele von euch, die dann Zeugnisse erzählt haben, die nicht christlich aufgewachsen sind, irgendein Leid erlebt haben und dann offen wurden für den Glauben. Oder jemand hat erzählt, dass er einen Töv-Unfall hatte. Und dann kam er im Zuge dessen zum Glauben. Jemand anderes hat erzählt, dass diese Person gemobbt wurde, stark gemobbt in der Klasse und dann nahm sie die Einladung an, damals in Sio. Durfte Jesus kennenlernen. Jemand anderes hat erzählt, dass sie eine Diagnose bekommen hat, unheilbar, ist dann auch gestorben. In diesem Moment zu Gott. Jemand anderes hatte eine schwere Diagnose, musste nicht, wie es herauskommt, kam zum Glauben. Gott hat ein Wunder getan. Und ich könnte noch viele Beispiele erzählen von den Zeugnissen von euch aus den letzten Jahren. Jemand sagte mal, Leid ist in der westlichen Welt wie das Megafon Gottes. Wir haben irgendwie in unserer westlichen Welt nicht so Ohren für Gott. Wir sind reich, wir sind erfolgreich, wir sind gesund, wir haben Spass und Ablenkung, wir brauchen keinen Gott. Wir müssen uns auch keine Gedanken über Gott machen, es geht uns ja gut. Und plötzlich erleben wir ein schweres Leid. Wisst ihr, in solchen Momenten werden Nebensächlichkeiten wirklich zu Nebensächlichkeiten? Und jetzt sind die grossen Fragen, die uns da kommen. Wenn das Herz zerbrochen ist, man sich einsam fühlt, die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, der Schmerz am grössten ist, sind unsere Gebete oft die ehrlichsten. Joni Earek Sontada hat mal Folgendes gesagt, 1967 hat sie sich einen Halswirbelbruch zugezogen, vierter, fünfter Halswirbel, ist seither Tetraplegikerin, ohne Aussicht auf Heilung. Und sie sagte mal, wenn unser Leben glatt läuft, kommen wir durchs Leben, wenn wir nur etwas über Jesus wissen, in Nachahmen zitieren und über ihn sprechen. Aber nur im Leid lernen wir Jesus wirklich kennen. Ich möchte dich heute Morgen challengen, herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, mach den Test. Mach den Test. Wenn du Leid erlebst, gibt es zwei Tests. Der erste Test ist der Jonah-Test. Kennt ihr wahrscheinlich auch Jonah. Jonah geht nach Niniveh und erzählt den Menschen dort, ich sage mal, die gute Botschaft. Ihr kommt um. Das war eine gute Botschaft und sie konnten dann Busse tun. Jedenfalls geht zu ihnen und Neola sagt, nein, mache ich nicht, geht in eine andere Richtung und Gott schickt ihm einen Sturm, ganz heftigen Sturm. Er droht umzugehen, wenn da kein Fisch gewesen wäre. Mach den Jonah-Test. Gott schickt manchmal einen Sturm in unser Leben, um uns wach zu rütteln. Jonah hatte ein Rassismus Problem. Der wollte nicht nach Niniveh, doch nicht zu den Nicht-Israeliten. Hat ein Rassismus Problem. Manchmal schickt Gott einen Sturm, um uns wieder auf den rechten Weg zu führen, weil wir völlig neben Nusse sind. Vielleicht ist heute dran, dass du nach der Predigt nach Hause gehst, die Bibel aufschlägst, zehn Gebote und mal den Test machst. Wie bin ich im Moment auf Kurs? Vielleicht sagst du, siebtes Gebot, achtes Gebot interessiert mich nicht mehr. Mach den Jonah-Test. Vielleicht hat Gott Leid in deinem Leben zugelassen, weil er dir etwas sagen will, weil er dich wieder zurück auf den Weg führen möchte. Vielleicht merkst du auch, nein, ist eigentlich alles okay, dann mach den Hiob-Test. Hiob machte alles, wie es Gott wollte und er kam auch in einen Sturm im übertragenen Sinn. Und seine Freunde dachten, dass es ein Jonah-Test ist. Hiob, du musst garantiert gesündigt haben, dass du so viel Leid erlebst. Warum gibt es auch heute noch diese Freunde, die sagen, wenn du nur genügend glauben würdest, wärst du schon lange geheilt worden. Du hast bestimmt deine Sünde in deinem Leben. Nein, Hiob hatte nichts falsch gemacht. Aber Gott testete ihn mit dem Hiob-Test, nicht mit dem Jonah-Test, weil er wollte, dass Hiob ihm nachfolgt wegen ihm selbst. Und vielleicht sagt Gott, du bist im Moment gerade in einem Hiob-Test drin und ich will die Beziehung mit dir auf eine neue Ebene bringen, auf ein neues Level. Weil bisher bist du mir nachgefolgt wegen dem Segen, den ich dir gegeben habe. Aber jetzt will ich, dass du mir nachfolgst wegen mir selbst, sagt Gott. Das ist der Hiob-Test. Ich will nicht, dass deine Ehe, deine Arbeit, deine Gesundheit, was auch immer, dein Fundament ist, sondern ich selbst, sagt Gott. Wenn du heute Morgen merkst, es ist ein Jonah-Test, dann kehre um. Manches Leid entsteht als Folge auf unsere Sünde, auf unseren Ungehorsam. Aber wenn du merkst, es ist ein Hiob-Test, dann stellt sich eine Frage, warum folge ich Jesus nach? Folge ich Jesus nach, damit er mich segnet, meine Gebete erhört, Wunder tut oder wegen ihm selbst? Wir haben ja drei Kinder. Es kommt manchmal so vor, dass meine Kinder ganz nahe an mich herankommen. Sie umschwärmen mich, sie kuscheln sich an mich, sagen Papi, du bist der allerbeste Papi von der Welt. Kann ich das Handy haben? Es tut weh. Es tut weh, wenn man merkt, dass es gar nicht um mich geht, sondern irgendwie um meine Gabe. Ich glaube, viele Menschen behandeln Gott genauso. Gott, du bist so gut, du bist so wunderbar, segne mich, erhöre mein Gebet, tu ein Wunder und wenn nicht, dann kannst du mir gestohlen bleiben. Man benutzt Gott, man will nur seinen Segen. Wisst ihr, Leid, Probleme, Leid kann dich von Gott wegtreiben oder es kann dich in die Arme Gottes treiben. Je nach Je nach dem wie du darauf reagierst. Wenn du Gott nachfolgst wegen seinen Gaben, dann werden Probleme dich von Gott wegführen. Du wirst enttäuscht sein, also für das muss ich doch nicht gläubig sein. Kein Gebet wurde erhört, bin immer noch krank. Du wirst enttäuscht sein, aber wenn du Gott nachfolgst wegen ihm selbst, dann wird dich das Leid in die Arme Gottes treiben, weil du sonst nichts mehr hast, nichts mehr. Am Schluss des Lebens sagte Hiob, Herr, ich konnte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Gott will, dass wir ihn noch besser kennen, noch näher bei ihm sind. Jesus, ich weiss um diese grosse Herausforderung, wenn wir Leid erleben. Ich weiss aus den Gesprächen mit so vielen aus unserer Gemeinde, wie schwierig das ist, in so einem Moment. Wie herausfordernd. Und Jesus, bitte ich dich für die jenigen, die gerade in den letzten Wochen eine so heftige Diagnose bekommen haben. Ich bitte dich für die jenigen, die Leid tragen, schon lange, die es fast nicht mehr aushalten. Dass du hilfst in diesem Test. Dass wir verstehen können, ob es ein Jona-Test oder ein Hiob-Test ist. Und nicht den Eindruck haben, es ist ein Jona-Test, wenn es doch ein Hiob-Test wäre. Und dass wir verstehen können, du möchtest, dass wir uns ganz an dich hängen. Und ich weiss, das ist so schwierig. Und jetzt so bitte ich dich, dass zu dir kommen. Und dann bitte ich dich, Jesus, dass du uns nahe bist. Dass wir dich spüren dürfen. Dass wir erleben, wie du uns trägst. Ich bitte dich für diejenigen, die in der nächsten Woche eine heftige Operation haben, dass du ganz nahe bist. Ich bitte dich für diejenigen, wo ich im Moment genau nichts weiss, was alles schwer ist im Leben, dass du nahe bist, hilfst, du trägst. Und Jesus, dass das Leid in unserem Leben nicht ein Stolperstein sein muss, sondern ein Stein, der uns näher zu dir bringt. In deine Arme, wo wir geborgen sind. Amen.